Die Zahl der Asylanträge in Österreich geht seit dem Jahresbeginn deutlich zurück. Minus 42 Prozent im Februar im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch findet illegale Einwanderung statt. Vor allem bei der ungarischen und slowenischen Grenze. Deshalb plant Innenminister Herbert Kickl, die österreichischen Grenzen für sechs Monate schützen zu lassen. Herr Innenminister, was ist konkret geplant? Dass wir als österreichische Regierung ab dem 11. Mai für weitere sechs Monate die Grenzen zu Ungarn und die Grenzen zu Slowenien kontrollieren wollen. Ich halte das für wichtig, auch wenn die Entwicklung, wie sie angesprochen wurde, eine erfreuliche ist. Aber es gibt keinen Grund, hier eine Entwarnung auszugeben. Wir wissen, es kommt die wärmere Jahreszeit. Wir können nicht ausschließen, dass die Flüchtlingsbewegungen wieder an Intensität zunehmen. Und es ist schlicht und ergreifend unsere Verantwortung, die österreichische Bevölkerung vor ähnlichen Ereignissen, wie es sie 2015 und 2016 gegeben hat, entsprechend zu schützen. Was ist das Ziel dieser Maßnahme? Das Ziel dieser Maßnahme ist ein mehrfaches. Zum einen wissen wir, dass die Existenz von Grenzkontrollen eine abschreckende Wirkung auf Schlepper hat. Das lässt sich auch an den Zahlen entsprechend nachweisen. Zum zweiten wissen wir aber auch, dass im Bereich der Flüchtlingsströme sich immer wieder extremistische Gruppierungen, extremistische Kräfte quasi mit auf den Weg nach Europa begeben. Das sind Schläfer, das sind Gefährder, die jederzeit für terroristische Anschläge gut sein können. Und wenn wir in die Richtung signalisieren, dass wir an unseren Grenzen gewillt sind, streng zu kontrollieren, dann hat das auch hier eine gute und wichtige präventive Wirkung. Herzlichen Dank. Gerne.